moin pyros und herzlich willkommen zu einem neuen video heute haben wir ein test bzw vergleich da testen wir und vergleichen gleich miteinander brenzlauer feuer haben wir hier brenzlauer feuer das ist der ganz normale mit weißem licht wir haben die auch noch nie gezündet von blackbox der hier hat eine neem von 150 gramm das hier ist die rote ausführung auch von blackbox mit einer neem von 175 gramm und ich bin gespannt wie die so sind noch nie selbst gezündet weiß gegen rot mal gucken wer das renn macht so dann starten wir jetzt und zwar mit brenzlauer feuer in weiß das ist ja richtig hell hier und diese rauchentwicklung krass einfach krass auf jeden fall richtig hell kann man sich auf jeden fall kaufen damit macht man die nacht zum tag so und dann kommen wir jetzt zu ultra lux in rot mal sehen ob der genauso hell ist mal gucken wie das rot rüber kommt heller als gedacht rot ist auch noch heller als das weiße licht also rein gucken kann man da gar nicht auf jeden fall empfehlenswert gekauft haben wir die bei pyro web 7 euro das stück lohnt sich aber auf jeden fall schreibt mal gerne in die kommentare welches ihr jetzt besser fandet das rote oder das weiße licht so das war's dann mit dem test und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder go